Voll dabei, zockern, zockern, zockern. Das wäre natürlich das Überzeugendste für Christian Hammer, wenn er den Kampf hier vor der Zeit beendet. Also richtig verdammt scheint, Larsen da schon nicht zu haben, was ihm da in der Netzwohle wieder vorhanden ist. Ihr sollt die Kräbe zerhalten. Ich weiß nicht, wie für Christian Schocker oder Christian Hammer. Der sollte wieder den Hammer rausholen und die ganze Sache am Ende machen. Und jetzt dürfte der eigentlich der ganze Sache am Ende machen, also ist vorbei, gar keine Frage. Und wir brauchen uns nicht mit dubiosen Unentschieden oder Punkt sieben abzufinden. Wir müssen uns aber erstmal geachtet werden, dass live Larsen auch wieder auf die Beine kommt, dass da alles einen guten Gang geht. Ja, er ist immer noch weg. Na ja, das geht wieder. Alles in Ordnung. Wir müssen unten bleiben, bis der Rienerarzt alles getestet hat. Und Christian Hammer genießt erst mal seinen vorzeitigen Sieg. Kein schlechter Sieg, muss man dazu sagen. Nach dem Kampfbekommen hätte man Lars von hier als Fabriken sehen müssen, aber es war Christian Hammer, der letztlich hier sicher als der bessere Box erwiesen hat. Man könnte natürlich, was die Technik angeht, sagen, unter Blinden ist da ein ruhiger König. Aber als es mal klar betroffen hat, hat er richtig, ah, das war auf die Seite, auf die Halsschlagader. Das kann natürlich sein. Das kann man aus dem Perspekt, was der Perspekt überhaupt nie erkennen. Das kann man aus dem Publikum der Rienerarzt werden. Ja, da kommt man aus.